Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Nach drei Jahren bestieg er den Drachenthron. Als kleiner Junge war er der absolute Herrscher über das kaiserliche China. Halt! Der Kaiser will zu Fuß weitergehen. Sein Leben war erfüllt von Bildern und Ereignissen, die kein anderer Mensch auf dieser Welt je erlebt hat. Ich glaube, niemand fühlt sich so einsam auf der ganzen Welt wie er. Ich will eine moderne Frau, Johnston, die Englisch spricht und Französisch und die Quick-Step tanzen kann. Als Mann wurde er ein Gefangener. Ich will nicht mehr fliehen, ich bleibe hier. Ich will herrschen. Er wurde zum Gefangenen seiner eigenen Macht. Glauben Sie, es wird nach mir noch einmal einen Kaiser geben? Ja. Er war Pu Yi, Herrscher der 10.000 Jahre. 10.000 Jahre! Der letzte Kaiser. Er wurde. Er war Pu speciesjt. Er wurde. Er war Pu. Er war Puente. Er wurde. Bernardo Bertolucci's Der letzte Kaiser Bernardo Bertolucci